Das hat mich jetzt etwas verwirrt, weil normalerweise fällt ihm beim Drehen so eine Vase auf den Kopf. Ich hoffe, ihr hört das nicht, weil das geht gerade voll ab im Discord. Ne, ich glaube, ihr hört das nicht. Das ist ganz gut. Ah, hier gibt es eine Todesplattform, ne? Meine ich schmal. Ey, jedes Mal vergesse ich diesen Kack-Dingssprung. Knister, knister, knatter, ach nö. Nein, nein. Nein, nein. Hey. Dankeschön. 19 vor 19, wow. Und wir sind noch nicht gestorben, glaube ich. Hoffe ich. Das wird sich jetzt bestimmt ändern. Holy moly. Da vorne ist die Totenkopf-Lattform. So. Jetzt nicht sterben. Also, ich weiß jetzt nicht, ob sich das hier geändert hat. Bei Crash 2 wäre das so gewesen, wenn man die einmal betreten hat, dann kann man so oft sterben, wie man will. Ähm. Ja. Nuh, 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 nuh. Nuh, 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 nuh. Oh, die ist noch da. Oh, die ist noch da. So. So. Ach, komm. Ich wollte rutschen. Aber so habt ihr auch mal den Tod gesehen. Ach ja, komm, Heizung, mach hin, mir ist kalt. Ach, älter ist so nennies! Kann doch nicht sein. Das ist ein ganz normaler Sprung. So. Ich will gar nicht wissen, wie oft ich da jetzt schon gestorben bin. Ha! Woll weggeschüppert. Das ist aber gut getimed. Aber ich könnte jetzt mal drauf achten, ob es da Kisten in dem Bereich gibt. Aber dann lasse ich mich sterben. Am Ende. Ich sammle dann Edelstein ein und lasse mich sterben, damit ich nicht in irgendeinen komischen Ort zurückkomme. Wo ich dann irgendwie nochmal in dem richtigen Level nach hinten laufen muss. Wäääh! Ja! Nice! Nice! So! Fick das hin! Mann! Ich hab Quadraten gedrückt! Was ist das für ne Scheiße! Was ist das für ne Scheiße! Hauptsache ich sterbe nicht mehr hier vorne an dem Sprung. Was ist das für ne Scheiße! Doch. Bitte? Jetzt nervt der Typ mich! Ich hab kein Randenbrück. Oh Mann, das geht tierisch aufs Ei. Tierisch. Also richtig. Und es klingt jetzt schon wieder an der Tür. Einen Moment. Dann will man einmal aufnehmen und dann kommen hier tausend Millionen Leute, ne? So. Aber jetzt ist mir ein bisschen wärmer. Weil im Flur war es doch recht kalt. Und dann die Tür aufzumachen, war dann noch kälter. Deswegen merke ich jetzt, dass es in meinem Zimmer eigentlich recht warm ist. So, wie kriege ich dich denn jetzt platt hier? Ich warte jetzt noch einmal ab. Bis hier. Das war gut. Ah, endlich. Was ist es hier? Lustige Feuerstelle. Okay, der knallt hier jedes Mal da drauf. Ich hoffe mal, dass ich den jetzt noch habe. Ja, super. Da können wir nämlich hier noch vielleicht alle Sachen bekommen. Alle Kisten. Das wäre halt schon sehr cool. Und du kannst mich mal. Mein Augenlid hat gejuckt. Mein Augenlid hat gejuckt. Dann ist keiner das besser nachmachen, als ich. Ich mag den nicht. So, dich können wir hier mit töten, wenn wir Glück haben. Höre, Gloss. Ja. Ist da schon das Ende? Und laufen können wir hier auch noch nicht. Aber das ist schon mal schön, dass wir hier dann schon mal so die ganzen Edelsteine und so haben. Nee, hör auf mit deiner Tanserei. Das wollten wir als letztes machen. Ach genau, Doubleheader. Da habe ich früher immer Probleme in dem Level gehabt. Ich hoffe mal, dass ich jetzt nicht wieder diese Probleme haben werde. Ach komm, ich lasse ich hier meine Ruhe. Die kann man umschützen. Nur ist das halt ein bisschen schwierig, weil die so groß sind. Weil man muss den auf den Kopf hücken. Und davor von einem Wissen. Also ich umgehe die gerne, sagen wir es mal. Aber an einer Stelle muss man die sogar umschubsen. Aber man kann hier immer so am Rand rumlaufen. Das ist ganz cool. Oh Gott. Nee, ich hole erstmal die Kiste hier hinten. Ich habe ja mal Schiss, dass die dann schon das gecheckt hat, dass ich da bin. Magisch nicht. Obwohl... Ich glaube, die explodieren jetzt alle, oder? Nee. Ich habe es hingekriegt. 32 Schleben. Über die Blitze am Einschlagen. Gehen wir hier lang. Ey, lass uns in Ruhe. Ich finde es auch ganz cool, dass die einem nachgucken. Ey. 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 Die lasse ich auch in Ruhe. Okay, da oben hat sie das noch nicht kapiert. Oh, die Tenten noch kaputt machen. Oh, der nächste Checkpoint. Das ist wunderbar. So. So. Ihr könnt mich auch mal... Lass ihn da einfach stehen. So. Das... Extra Level. Hörts. Warum die Kiste jetzt nicht kaputt gegangen ist, weiß ich auch nicht. Ob das so gut war. Na, vielleicht... Vielleicht... Funktioniert das ja noch. Dass die runterfallen. Ne. Gerade. Müssen wir es halt noch mal machen. Ich bin ein bisschen müde. Gibt es vielleicht daran, dass ich heute in der Schule nicht wirklich viel gemacht habe. Ja. Ich bin ein bisschen müde. So. So ist das gut.